Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon einmal Münzstand. Ich habe meine ganzen goldenen Informs verkauft. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr die eingekauft habt, so wie ich. Die meisten sind auf 20 bis 25k angestiegen, also jeder ist eigentlich Minimum auf Richtung 20.000 angestiegen. Ich hatte ungefähr für 800.000 investiert, habe jetzt über 1,6 Millionen, also habe meine Coins mehr als verdoppelt sogar. Sehr nice, wie ich finde. Also ich habe ungefähr 22k pro Karte rausgeholt. Habe auch noch ein paar SPC's gemacht, wie ihr heute Mittag gesehen habt. Also war sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wenn ihr noch die Bronze in Forms habt, würde ich euch empfehlen, die noch zu behalten, aber da würdet ihr auch aktuell schon Gewinn machen. Wenn ihr die verkaufen würdet, weil die sind auch schon um 1.500 ungefähr gestiegen, vielleicht sogar mittlerweile mehr. Ein paar Mal ja nachschauen, wenn die zum Beispiel bei 10k sind oder so oder bei 7, 8k. Könnt ihr die ja verkaufen, wenn ihr unbedingt den Profit haben möchtet. Ich werde die auf jeden Fall behalten, wenn die noch nicht zu krass gestiegen sind. Da würde ich sagen, wäre es das mit diesem kurzen Video gewesen, Freunde. Wenn es euch natürlich gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ciao, ciao, bis dir da, meine lieben Freunde.